Es ist eine coole Truppe, die sich hier trifft. Ein Grund, warum ich besonders gerne komme, ist die breite Mischung. Das ist eine sehr kompetente und vor allem sehr interessante Veranstaltung. Der Unternehmertag ist für mich immer eine feste Institution im Jahr. Sehr angenehm, vor allen Dingen finde ich es toll, die breite Fläche, also die Diversity der Themen und auch das gute Networking und die Offenheit für Ideen. Alles sehr partnerschaftlich. Es ist eine einzigartige Kombination von Unternehmern, Kapitalgebern, Party, tollem Ambiente, Netzwerken. Es ist sehr ungewöhnlich, zu finden, dass so viele hohe Qualität und toughe Professionale in einem Ort und sie sind alle sehr relaxt. Ich gehe natürlich auch sehr gerne zu Gewerkschaften und zu anderen, aber ich gehe auch gerne zum Unternehmertag. Ich finde es sehr mutig, dass man so ein extremes Spektrum anbildet. Gute Stimmung, da sieht man wieder, dass Humor verbindet und dass jeder gerne lacht. Man nimmt sehr vieles mit und diese lange Weise, die ich aus Chile gemacht habe, war wirklich ein gut wert. Netzwerken auf dem höchsten Niveau. I'm impressed, I love it. Jeder hat hier eine interessante Geschichte zu erzählen, jeder hat in irgendeiner Art und Weise Erfolg gehabt, man kann von jedem irgendetwas lernen und das macht einfach Spaß. Es gibt nichts Besseres in Deutschland mir bekannt, und ich glaube auch nicht in Europa. Es ist ein unglaubliches Event, ein unglaubliches Event, definitiv ein go-to-event. Sie sind über die Probleme, wir machen die Menschen, die wir schauen, wie wir sehen uns wieder einmal. Unsere Abenteuer und Politik, Vielen Dank.